Vergewaltigungsvorwürfe, Ancelotti schützt Kylian Mbappé Carlo Ancelotti hat keine Lust, sie Vergewaltigungsvorwürfe aufgrund dessen Kylian Mbappé zu kommentieren. Vor dem Auswärtsspiel zwischen Veltavigo, Samstag, 21 Uhr, erklärte der Cheftrainer von Real Madrid, dass er Spekulationen im Großen und Ganzen nicht kommentieren möchte. Am Dienstag gab sie schwedische Staatsanwaltschaft bekannt, das jene wegen einer mutmaßlichen Vergewaltigung ermittelt. Allerdings hatte sich Kylian Mbappé vergangene Woche ausgewiesen in Stockholm aufgehalten, nackt einen Namen zu nennen. Zudem berichteten etliche schwedische Medien abgekoppelt voneinander, dass die Strafanzeige gegen den prominenten Franzosen geschaltet wurde. Mbappé auch zeigte sich schockiert extra sie Vorwürfe. Auf X bezeichnete er sie Kunde denn. Er habe sich nichts vorzuwerfen. Integrationsprobleme. Auch Carlo Ancelotti ist nicht hierbei bereit, sich an der Spannungsfeld beteiligen. Ich bin nicht hier, aufgrund dessen Spekulationen zu kommentieren, sagte der Trainer von Real Madrid der spanischen Verdichter an dem Freitag. Mbappé mache auf ihn nicht den Eindruck, denn sei er besorgt. Ohnehin muss sich der Italiener aufgrund dessen weitere Themen kümmern. Mbappé in dasjenige taktische Anlage zu sozialisieren und ihn zu neuen Bestleistungen anzutreiben, dasjenige hat für Ancelotti aktuell Vorrang. Der 25-jährige Angreifer benötigte in der spanischen La Liga eine stupend lange Zeit an Laufzeit. Nach acht Spieltagen hat er fünf Gewinn erzielt, von einem Superstar wird zwischen Real eher erwartet. Während der Länderspielpause fokussierte sich der Gewinner der Weltmeisterschaft von 2018 darauf, eine Muskelverletzung auszukurieren. Die Pause habe Mbappé gut getan, berichtet Ancelotti. Er habe sie Pause genutzt, aufgrund dessen sein Kondition zu ergänzen und sich zu erholen. Es geht ihm gut. Er ist frei von Sorgen und will der Mannschaft helfen. Auch gegen Veltavigo soll er in zentraler Einstellung eingesetzt. Die Abläufe mit dem auf dem linken Flanke positionierten Vini Junior könnten sich an dem Samstag aber ein wenig verändern.